hallo und herzlich willkommen zu Bausimulator 2015 ja und mit dabei ist wieder der Topper und der Detlef hallo ja und wir sind da immer noch oder beziehungsweise der Detlef und der Topper die sind immer noch beim Beladen von den Dachziegeln oder Bauziegeln oder was das immer für ein Klumpert ist und ich habe da immer noch den Muntenkipper da weil ich schaue denen zwei da jetzt zu wie sie das machen weil ich habe das noch nicht gesehen jetzt haben beide da jetzt beim Händler Sachen eingekauft ja und na gut aber die zwei haben das da super im Griff. Aber Detlef weißt du woran das leben kann weil ich auch für meine Bausch für mein Abschnitt glaube ich auch noch mal Steine brauche die du auch brauchst deswegen habe ich wahrscheinlich ja ich habe vier kleine und sechs große brauche ich ja was das ist ein Abschnitt sechs kleine ja ich habe zwei Abschnitte aha das wirst du dann da alles auf dem LKW wahrscheinlich bringen muss zweimal fallen Hexen sie holen sie ihn hin was auch ich fahre jetzt einmal zur Baustelle liefern mal da den Container an und hol den kleinen Kipper da kriegen wir ja auch noch mit vier Paletten oder was drauf oder Finde dann müsste sie das ausgedebt oder liege da falsch wenn du dann passen ja ja dann werde ich mit Vollgas bin ich gleich wieder da glaube ich eben will ich meine keine Umfälle da also da dauert es eine Weile 100 100 durch den Start jesus maria wenn ich jetzt aufgekommen wäre das ist lebenslänglich oder ja da komme ich nicht mehr aus dem Gefängnis 100 für die ist so wie gesagt wir spielen da jetzt nicht ganz genau so wie das Spiel normalerweise zum spielen gehört wir versuchen so gut wie möglich das zu spielen aber ich muss ehrlich sagen wenn der LKW oder beziehungsweise wenn ich mit 105 durch die Stadt fiegen kann mit meinen schönen grünen LKW und wieder fieger strafft zu empfehlen dann tue ich das wenn sich das zu lassen oder sehe ich das vorstellen kann ja ich fahre auch so schnell also gut ich kann mir nicht mit 100 aber so ein Fehler in dem Spiel weil normalerweise müsstest du zahlen dafür ne müssen wir da irgendwie Rad oder irgendwas aufstellen 98 durch die Stadt okay das war jetzt nicht gut 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 so Detlef ich bin jetzt beim doppel seiner Baustelle habe ich das erledigt ja und ich werde jetzt da den grünen da wieder nach hause teleportieren ich werde mich gleich in den Dings reinsetzen und dann Dings kommen und zu dir kommen mit den kleinen nicht mehr raus ja bitte eh was ist nicht achso das war der Papa schon wieder ich lieg auf der Seite was was ist denn das jetzt mal ich bin gegen das unzerstörbare Bus weiterhäuschen gefahren oah der Doppel mit seiner Müllte da immer aufmachen so dann fahren wir bis zu jetzt fahren wir zum Baustoff hinfahren wir werden wieder zum Baustoff hinfahren das gibt es doch nicht und wir werden wieder zum Baustoff hinfahren äh bist du schon beim Baustoff händler? fast ich bin jetzt gerade unterwegs ok ich bin schon unterwegs und wie gesagt weil ich muss auch erst zum Baustoff händler weil sonst kann ich irgendwann Baustelle nicht abliefern hä? ja verstehe wo bist du denn hin? wo bist du denn da? ja ich bin feuchten ne du kannst doch denn raus ja das weiß ich aber ich bin trotzdem jetzt feuchten äh ok ja ich will da jetzt dann reden und davon fragen wir jetzt nicht warum es ist aber raus nein Auto nein packen das Auto scheiße so gut das läuft ich bin gleich dran das kann sich nur noch so so ich bin da ich bin da wer noch ich habe das ich bin das ich muss meine Zeit ich habe Feuer gemacht äh ich habe Steine ich bin Steine voll so bin schon dort Detlef du kannst schon wenn du möchtest ich mach dir sogar dein Ding so das erleichtert du es dann also ist ja interessant meine du hast einen Container hergebracht ich war jetzt beim Baustoff händler bei mir steht schon das erste Etage ja du siehst du was mein Container alles kann ne das ist ein Zauberkontainer ja auf einer Baustelle kann ein komplettes im Keller machen ach kratz und hier ich finde das schade dass das so ist ich meine normalerweise hätte er ein Beton und alles braucht ne oder zumindest ein Zement Bewehrungsmatte ja etwa bei der Bodenplatte da brauchst du Bewehrungsmatten und 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 ja naja ist halt einfach so ich finde es schade dass das so ist muss ich ehrlich sagen aha aha wie gelernt Detlef wie gelernt also ich muss ehrlich sagen gekannt hat man schon auf so einen LKW mit geraden lassen du hast das voll drauf ich bin noch zu langsam ne ne das ist gut ich meine du musst ja das da unten auch mit Wasser fischen das ist nicht so einfach da aus dem Regal geschweiger davon dass ich kein Baustoff hin erkennt werde was mit einem mit so einem Regal arbeiten das wenn da ein Keeper kommt mit Kran vorricht Gabelstapel laden denn ja na sicher nur mit Gabelstapel du darfst mit dem Kran nichts tun aber das ist nun mal ein Fehler vom Spiel das es geht und somit ja ja ich meine geht wir hätten jetzt da das echt machen müssen Stapler ausburgen und beladen und ja da muss ich dann aber ehrlich sagen du kriegst ja dann viel mehr von mir ja ja bloß dann hast du das Problem da kriegst du sie ja nicht mehr alle vom ja mit dem Stapler kriegst du auch nicht mehr drauf mit dem Kran kriegst du mehr drauf weil da kannst du so drehen dass einmal längst einmal ich krieg auf der rechten Seite krieg ich eins zwei drei da kriegen sie vier Paletten pro Set das ist dann acht Paletten was ich drauf krieg und wie viel hast du da zwei vier sechs sieben ich krieg dann eine mehr drauf na eine krieg ich auch noch drauf ah ja eine das ist noch drauf ja kriegst du auch es kriegt sogar noch zwei drauf wenn ich ein bisschen hoffentlich schraube ne ja ist ja fest da ist ja das passt alles gut so das schnit ne 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 steh ich kann schnitt die eine kann ich los von die eine kann ich noch hier drauf machen bei mir jawohl ser ich fall los ich muss aber nicht ich muss das festmachen ist gesagt ja du kannst auch noch nicht abladen Wir brauchen erst die vier kleinen Ziegelsteine. Nene, ich fahre nur mit der Poste und mach Wart auf dich. Das ist schräg, ja. Außer der Papa braucht mich, dann schmeiß ich es in den Bogen. Nö, nö. Ja, der Papa braucht mich nicht. Sniff. Der Poste ist sowieso fast fertig. Was, war das gar nicht so viel oder was? Ich glaube, ich muss nachher nur was ausbaggern oder bin ich fertig. Oh, baggern! Na gut, das lässt du aber durchgehen. Und da ist unser Bagger-Spezialist. Der hat einen schönen Meisterbrief in Bagger. Nö, Meisterbrief noch nicht. Sägewerk-Intekt und wie vor... JESUS MARIA! JOSEPH! Jetzt hätte ich aber die Bagger noch mitgenommen. Ich habe das Sägewerk noch nicht entdeckt. Oh ja. Ja, aber nicht, dass in der Stadt... Was, in der Stadt gibt es auch sowas? Ja. Echt? Äh, wir kaufen gleich mal in Basel. In der Stadt gibt es nicht. Also, das gibt es eigentlich nicht in der Stadt. Ja, alles. Bis auf das Kieswerk. Das gibt es nicht. Und die Gärtnerei gibt es nicht. Die Gärtnerei. Na gut, das Sägewerk ist sehr wichtig. Ja, das braucht man relativ hoch. Mehr oder weniger. Du bist grün. Oh, schön. Ja. Warum fahre ich eigentlich so schnell? Der Bettler braucht ja 100 Jahre. Was fahre ich? 100 Jahre. Oder bist du schon unterwegs? Nee. Komm jetzt auf. Ja, ich hoffe, dass du mir erscheinst. Ich weiß ja, mit den Kommen, das ist immer... Ne? Ja, dann scheine schön. Ist mir lieber, ja. Ja. Hä? Was ist mit dem Haus passiert? Ne? Mein Haus steht schon. Ja, ja. Und das nur durch einen Container. Nur ein Container und vier Palettensteine. Ja. Also so schnell höre ich mich auch ganz gern bald. Ja. Ja. Herrlich. Schade. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Sie da? Hallo. Oh. Ich rede in eigenes Auto. Hallo. Sie da? Hallo. 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 Hä? Ich rede mit Ihnen auch nichts mehr so. Bin ja auch unfreindlich. Mhm. Ich kann das auch. Ja, geht um die Ecken. Geh. Weck da. Hä? Ich mag das nicht, unfreindliche Leute. Er ist mir freindlich und sagt Hallo. Und er gibt einem eine Antwort. Mit seinem rosa Bussi Hemd. Hm. Dann stehe ich ganz alleine. Ich trage mich. Ich habe zwei Posten. Keiner da. Ja, gleich. Hm. Ich bin gleich bei dir. Ja, ja. Ich will mir das jetzt mal schauen. Britschenwagen mitgreifen. Oh, da ist er ja. Komm, danke, Herr Tetley. Hallo. Hm. Du war rot. Weiß. Du war öfters rot. Äh, ich muss hier links rein. Nein, nein, die nächste. Die nächste. Die nächste. Die zweite. Die erste ist in Topper. Die zweite ist die. Oh, die hätte ich gerne übernommen. Ja, das glaub ich ja. Aber du. Oh, oh. Wir müssen das ins Loch drücken. Naja, das schaffen wir schon. Der Tetley ist ja gebrochen. Wo muss das hin? Warum? Ins Loch. Du siehst hier keine Kegel und nichts. Was? Echt nicht? Es ist ich nicht. Hm. Oh, das sind zwei Kegeln. Oh, das sind zwei Kegeln. Nein, keiner. Na, egal. Na, egal. Ja, mal aufpacken. Mhm. Also bei mir sagt er, das muss da runter in die Insel. Ich weiß zwar nicht was, aber du musst da was rein gehen. Ah. Und da geht's doch mal. So. Der Nachbe ist auch da. Kann das vielleicht selber zu zwei Aufträge gleich haben ich nochmal was? Kann sein, ich muss auch mal die kleinen Steine jetzt anhängen, dann sehe ich es bestimmt. Okay. Okay. So. Dann schauen wir, dass wir das ganze beim Tappen haben, was du hier machen musst. Kontakt, der Tappen. Ja, was hast du denn? Hä? Wann findest du einen großen LKW? Oh, schwierig. Ja ich hätte eigentlich nur, hier kleine Ziegelsteine! Oh 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 oh! Oh 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 oh! Was kleine Ziegelsteine ist keiner gebraucht? Ziegelsteine mach ich ja auch, aber ich weiß nicht ob ich groß oder kleine brauche. Ah, das liegt an der clicketen. Das habe ich gesehen, ob du aus 100 Metern hast dich fallen lassen. Ich geh lieber zum Tetrauch, dann mach das professionell. Normalerweise brauch ich dir einen Turmdrehkran. Ja, normalerweise schon. So, jetzt schauen wir sich das ganze beim Tetrauch. Schauen wir sich das alles beim Tetrauch. Hallo, Tetrauch. Machen Sie was, oder probieren wir mal? Nein. Achso. Was denn? Da kommt ja was mit. Wieso? Sechs große Ziegelsteine. Da müsstest du erst und hier meine hintersten 4 Paletten. Ah, okay. Warte mal, Schäfer. Ich steig einmal aus und fahre mit meinen kleinen Dingsen da rein. Fahre mit mir auf die Baustelle. Rein. So. Ich steh mich gleich mal hinter dir hin. Ich glaube, da kannst du es am besten nehmen. Wenn du wieder verkehrt mischli. So, machen wir das. Und jetzt darf ich das Augurten. Augurten. Warte mal, da was. So. Ah, die Fahrtmann. So, jetzt darf ich das. Kann es sein, dass er vielleicht für die falsche Baustelle eingekauft hat? Was für deine vielleicht? Praxis 6 Kleine, okay? Nööööö, ich habe Mitwaltung. Wir haben einen Auftrag. Warte mal, aktive Aufträge. Wir haben ein modernes Einfammelnhaus mit der Terrasse. Das ist der Topper. Na, ich habe unten mit Balkon. Genau. Der Topper. Der Bettler hat die Balkon. Also, da liefert normalerweise hin. Aber ich sehe, wie gesagt, ich sehe hier keine Stichel. Naja, wie gesagt, du musst es da runter. Schwierig. Ich sage 6 große Ziegelsteileton von einem Baustoff und transportiere die Ladung in den markierten Bereich. Ja, das gehört da ab. Stößt mittig eine. Hier hin, ja. Ja, da eine. Irgendwo in die Mitte hin. Äh, kann es eventuell sein, dass, wenn wir jetzt einen dritten haben, dass jetzt Manni einen Auftrag hat. Ich habe einen Auftrag. Und jetzt theoretisch bräuchte ich jetzt Detlef noch einen Auftrag. Aber wir haben ja vorher bei einem auch alle gesehen, wo das hin kommt, ne? Ja, ich kann aber keinen Auftrag nennen. Ja. Kann nur zwar niemand. Detlef, geh du mal bitte auf die andere Baustelle. Nur, du, ohne LKW, ohne irgendwas. Und schau mal, ob du da unten irgendwo, ob du da in dem Haus oberste Etage Pegel siehst. Hm. Ja, das war jetzt viel blöd. Ich weiß schon, was du hinaus willst. Aber Freunde, ob das so ist oder nicht ist, sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich sage mal, oder wir sagen mal, tschau tschau. Tschüss. Tschüss.